Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von BabsisBastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte für euch eine kleine Mini-Reihe machen für Karteninspirationen zu Weihnachten. Denn ich habe über die letzten Jahre natürlich viele Weihnachtskarten gebastelt und ich möchte euch in diesen Videos eine kleine Übersicht geben. Da könnt ihr quasi im Schnelldurchlauf mal die Karten durchstöbern und könnt euch vielleicht das eine oder andere rausficken, was ihr gerne basteln wollen möchtet. Ich habe das Ganze ein bisschen sortiert nach Schwierigkeitsgraden. Im ersten Video eher sehr aufwendige, kompliziertere oder schwierigere Karten. In den anderen Videos wird es immer ein bisschen leichter, sodass man je kürzer man noch Zeit hat bis Weihnachten sich da immer nochmal gucken kann, was ich mir jetzt noch auf die Schnelle raussuchen kann und basteln. Unter dem Video sind auch alle Karten verlinkt, zu denen es eine Anleitung gibt. Da könnt ihr dann auch die ganz genaue Anleitung nachschauen gehen. Und in jedem Video gibt es einen kleinen Gewinn. Das heißt, wenn ihr dann unter dem Video einen Kommentar da lasst, dann verlose ich unter allen Kommentaren je eine unterschiedliche Prägeform. Ich schreibe dann immer oben hin den Namen der Prägeform, den ich verlose. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da einen Kommentar hinterlassen möchtet bei dem Video und somit an der Verlosung mit teilnehmen möchtet. Alle Verlosungsbedingungen schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Teil 3 in unserer kleinen schnellen Karteninspirationsreise, könnte ich sie nennen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Übrigens, wenn ihr Teil 1 und Teil 2 sehen wollt, könnt ihr gerne hier oben auf das weiße I klicken. Da verlinke ich euch die ganzen Videos zu Kartenideen, die ihr vielleicht ein bisschen aufwendiger basteln könnt, aber zu einem Überblick, wo ihr auch ganz, ganz tolle Inspirationsvideos findet. Ich starte jetzt mit einer wunderschönen Karte, die ihr eigentlich ganz gut selber basteln könnt, wenn ihr ein bisschen experimentierfreudig seid, sozusagen. So würde ich das Ganze formulieren. Also wir haben hier quasi zwei Weihnachtsbaumkugeln, die man selber gemacht hat. Das ist ein, glaube ich, relativ altes Video von mir. Und zwar habe ich hier einfach mit einem Silberdraht zwei geprägte Kreise, die ich mit so schönen Mustern geprägt habe und ein bisschen koloriert habe, als Weihnachtskugeln gestaltet und dann als Weihnachtskarte verpackt, sozusagen. Also eine ganz, ganz schlichte Karte mit kleinen Schleifchen hier oben. Ich finde, die ist wirklich sehr zart und sehr schön und vielleicht habt ihr ja Lust, diese Karte nachzubasteln. Die nächste Karte ist eine Karte, bei der ich im Bost habe und ich finde diese Karte immer noch wunderschön, auch wenn das auch eine ganz alte Karte von mir ist. Ich habe hier in Silber, in Gold und in Kupfer einfach verschiedene Weihnachtskugeln draufgestempelt und im Bost ein bisschen hinterlegt und ein schöner Spruch, ein paar Sternchen. Also eine schnelle, aber wunderschöne Weihnachtskarte, wie ich finde und ich glaube, Weihnachtskugeln hat man meistens auch irgendwo in seinem Stempelregal rumstehen und die möchten auch ganz gerne verbastelt werden. Die nächste Karte ist ein bisschen aufwendiger, aber grundsätzlich auch einfach zu basteln. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht mehr so ganz so viel Zeit habt, könntet ihr trotzdem überlegen, ob ihr vielleicht diese Karte gestalten möchtet. Diese Karte ist ganz besonders schön, wenn ihr Gutscheine oder Geld verschenken wollt, denn ihr habt ja die Möglichkeit, das gut in der Karte zu integrieren, sozusagen. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Ist es nämlich so, dass man die Karte hier vorne aufklappen kann, dann kann man die Karte nochmal aufklappen. Man hat hier sehr viel Platz auch für Grüße oder Sachen, die man noch unterbringen will an Texten. Es gibt ja wunderschöne Weihnachtsgedichte auch. Und hier hat man so ein Fach im Hintergrund, wo man eben Geld reinstecken könnte, Gutscheine verunterbringen könnte, Gutscheinkarten unterbringen könnte. Also da gibt es ja auch diese irgendeine Karte, wo ihr halt habt, ist jetzt furcht, was da draufsteht, einfach nur als Beispiel könnte man unterbringen und könnte schön den Gutschein verpacken. Oder man macht so wie ich jetzt hier, der Text sollte ein bisschen größer sein vielleicht, aber wenn man zwei, drei Texte reinmacht und dann einen schönen Spruch drauf macht. Oder zum Beispiel, fällt mir gerade spontan ein, wenn ihr zum Beispiel einer Freundin diese Karte schenkt und ihr schreibt drauf, heute gehe ich mit dir zum Eis essen, heute gehe ich mit dir auf den Weihnachtsmarkt, heute gehe ich mit dir ins Kino. Solche Sachen könnten wir auch super schön hier verpacken. So einen kleinen Mini-Adventskalender sozusagen für die Freundin, könnte man hier super unterbringen. Eine wunderschöne Klappkarte. Genau. Auch ein älteres Video, also mit älteren Produkten. Ihr nehmt einfach, was ihr findet oder was ihr habt und könnt es total umgestalten auf eure Wünsche. Die nächste Karte, die funkelt richtig schön, ja, ich habe hier ein sehr starkes Glitzerband verwendet und ich habe hier einfach eine Schneeflocke im Borst, einen Spruch im Borst, ein klein Pfeil geschnitten, bisschen Designerpapier. Also diese Karte ist wirklich sehr einfach gestaltet. Hier innen rein auch nochmal mit dem Designerpapier und mit einer Flocke, bisschen das Ganze dekoriert. Die Flocke ist auch im Borst. Sieht einfach wunderschön aus, wenn so eine Schneeflocke im Borst wird, finde ich. Und ja, eine einfache Karte, vielleicht eine ganz süße Kartenidee von der Form. Ja, diese Karte, tatsächlich habt ihr im letzten Video schon gesehen, ein bisschen anders. Denn ich finde, die Karte ist eigentlich leicht zu basteln und gar nicht so aufwendig, wie sie eigentlich aussieht. Deswegen passt sie jetzt auch super in die zweite Rubrik oder also ins dritte Video. Das ist natürlich auch eine tolle Weihnachtskarte. Der Gag an dieser Karte ist zum einen, dass hier der Weihnachtsbaum rausspitzelt. Und wenn man die dann hier so aufstellt, habt ihr noch Platz für Grüße, eventuell für ein Teelicht, habe ich auch in dem letzten Video schon gesagt. Hier sind die Ecken auch abgerundet. Also das wäre natürlich auch eine Idee und eine Möglichkeit, bisschen auch weihnachtlich gestaltet. Und witzig finde ich halt einfach, dass hier der Weihnachtsbaum oben rauskuckselt. Dann habe ich hier eine Karte, die ist halt einfach so süß und ja, auch ganz einfach gemacht. Da ist einfach nur ein bisschen Papier, bisschen gestempelt, paar Sachen ausgestanzt. Es ist halt einfach meins. Ich finde das einfach süß. Ich mag auch so nütliche und süße Sachen immer ganz gerne. Und ja, dieses kleine Relan ist halt einfach zauberhaft. Auch eine ganz, ganz alte Karte von mir, ein ganz altes Video. Ich glaube, ich habe ein Video davon gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber einfach so süß mit dem kleinen Rentier. Nein, kann man immer ganz gut nutzen. Diese Karte habe ich jetzt in zwei verschiedenen Varianten gebastelt. Da wollte ich mal ein bisschen so rumexperimentieren und habe hier, ja, das Papier auch ein bisschen bearbeitet. Ich habe hier, diese Karte gibt es nicht als Video, das kann ich auch vielleicht gleich vorher sagen. Ich habe hier im Hintergrund geprägt und das Ganze dann ein bisschen eingefärbt. Diese seitentliche Papier, das der Wandpapier, habe ich gerissen. Hier vorne ist gestempelt und gestanzt. Also das ist einfach so eine kleine Idee, wie man eine Karte auch gestalten könnte. Ihr seht, die Sterne funkeln wunderschön. Hier innen noch ein bisschen gestempelt, aber jetzt nicht so aufwendig. Eigentlich ganz einfach zu basteln. Hier sind noch ein paar Glitzersternchen drauf und ein Draht im Hintergrund. Also einfach nur ein paar Ideen, wie ihr auch eine Karte vielleicht ein bisschen anders gestalten könnt. Wenn ihr einfach ein rechteckiges Papier dann mal durchschneidet und das dann unterschiedlich auf die Karte aufbringt, einen Streifen freilässt, was Verrissenes daneben macht. Also das macht sich ganz cool. Man hat hier viele verschiedene Farb- oder viele verschiedene Haptiken für die Hände von Papier her und ist einfach mal ein bisschen was anderes. Vielleicht auch eine ganz nette Idee für euch. Hier gibt es wieder ein Video, wenn ich mich recht erinnere. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Auch mit diesem wunderschönen Hirsch und mit ein bisschen Band hier eingearbeitet ins Papier. Das Ganze schräg aufgeklebt, dass man mal ein bisschen was anderes hat. Und mit den schönen Blümchen und kleinen Pärchen drauf. Ich finde, es ist eine sehr schicke, elegante Karte. Und der Hirsch, der ist embossed in Kupfer. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Macht also nochmal so einen schönen Schimmereffekt, gerade zu Weihnachten einfach perfekt. Und hier hätte man auch richtig viel Platz. Hier oben könnte man ein schönes Gedicht hinschreiben und hier unten viele Grüße unterbringen. Wenn man das möchte, eine sehr große Karte eigentlich, also eine tolle Kartenform. Natürlich auch eine tolle Kartenform, wenn ihr sagt, ich mache als Familie ein Geschenk für jemanden. Da müssen viele Leute unterschreiben, dann gerne ein großes Kartenformat machen. Dann hat jeder Platz für seine Signatur. Hier kommt auf jeden Fall die nächste süße Minikarte. Man braucht auch mal eine kleine süße Karte. Die kann man super an den Geschenk hinheften. Und wenn man das im Vergleich anschaut, ist die natürlich schon ein bisschen kleiner. Und die ist auch total einfach gemacht. Ihr seht, man braucht nicht viel. Ein bisschen Stempel, ein bisschen bunte Farbe, ein bisschen ein Etikett und eine kleine Schleife. Und schon hat man ein ganz süßes kleines Weihnachtskärtchen mit einem Spruch innen rein. Wirklich ganz süß, wenn man das zum Beispiel an ein schön verpacktes Geschenk reinstecken will. Das ist natürlich auch immer toll. Kann man die natürlich perfekt nutzen. Da gibt es jetzt auch kein Video dazu, aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin mit was, was ihr zu Hause habt. Und ja, wirklich eine ganz einfache Karte als kleine Idee. Jetzt kommen noch mal richtige Funkelkarten. Also guckt euch das mal an, wie das hier wirklich toll schimmert und funkelt. Denn diese Karte ist embossed mit Glitzer. Und das macht sich natürlich auch gigantisch gut. An sich ist das auch eine ganz einfache Karte. Eben nur das obere Papier ist embossed mit Sternchen und diesem tollen Glitzer. Ein bunter Streifen. Das ist außerdem von einem Geschenkpapier einfach so ein Streifen. Da gibt es ja manchmal so Sets. Da fand ich das ganz cool. Ein bisschen Schleif hier in ein paar Sachen ausgestanzt und ein Etikett. Sternchen innen rein. Und schon hat man eine wunderschöne Weihnachtskarte, die ganz toll funkelt und glitzert und auch nicht schwer ist zu machen. Hier in der grünlichen Variante. Auch wunderschön. Und zu guter Letzt kommt noch ein kleines... Ich glaube, es ist ein Vorgeschmäckchen für euch, was euch noch erwartet. Ich glaube nämlich, dass dieses Video noch nicht online ist. Wenn es dann online ist, verlinke ich es euch hier oben unter dem weißen I auf jeden Fall. Denn ihr könnt auch so tolle Schattenkarten machen, die ganz einfach sind. Die schauen natürlich gigantisch aus, weil sie wieder was hermachen und 3D sind. Aber sie sind ganz einfach zu basteln und man kann sie auch ganz flach verschicken. Und hier ist eben ein Beispiel dafür. Eine Weihnachtskarte. Hier ist ein bisschen die Ecken abgerundet und hier der Hintergrund ist geprägt. Also das ist auch toll zum Anfassen. Und man hat einfach hier so ein kleines, süßes Häuschen in der Winterlandschaft stehen. Könnte man auch super nehmen. Natürlich als Geburtstagskarte für Winterkinder, finde ich. Gerade mit so einem Papier. Hinten habt ihr noch Platz für liebe Wünsche. Und ja, das waren schon meine Kartenideen, die ganz schnell und einfach gemacht sind. Kartenvideo Nummer 3. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir so einen kleinen Schnelldurchlauf zu machen. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu schnell gesprochen habe, weil ich möchte natürlich, dass die Videos relativ kurz bleiben und knackig sind. Ja, falls ich doch ein bisschen zu schnell gesprochen habe, bitte verzeiht mir das. Ich hoffe, man hat alles gut verstanden. Und ja, es war einfach eine Schnelldurchreise durch viele, viele Kartenideen, die ich ja schon eine Weile lang gebastelt habe. Jetzt möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, die anderen Videos anzuschauen, ich verlinke euch alle Anleitungen unten in der Infobox. Dann könnt ihr nochmal stöbern gehen. Für jede Karte, wo es eine Anleitung gibt, werde ich das auf jeden Fall in die Infobox packen. Und denkt dran, wenn ihr einen Kommentar unter diesem Video hinterlasst, nehmt ihr Teil an einem Gewinnspiel. Alle Gewinnspielbedingungen schreibe ich auch in die Infobox, damit ihr an Weihnachten vielleicht eine kleine Prägeform von mir geschenkt bekommt. Also macht gerne mit. Wenn es euch gut gefallen hat, könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt auf die Glocke und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und kreativiert was Neues. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020